ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich willkommen wieder zu Skyfactory 2 Mit Chris und Max muss ich gerade kurz überlegen, ob ich das jetzt mal war Hab die Lava jetzt ausgemacht da oben oder nicht? Ja, die läuft langsam Nein! Oh nein! Den Ticket! Oh, Alter Was ist das denn? Da muss ich mal kurz hauen Ohohoho Reaper 4, was ist Reaper? Keine Ahnung Also ich brauche auf jeden Fall gerade eine Monster Farm hier Jaja, wir machen eine... Ohohohohoho Smile man! Buddy, dir kommt was entgegen Richtig mal So Slimes So, auch schon Achtung! Den Tief-Fledermäuse Ohohohoho Das ist ja verliebig. O 100 Stick das müssen auch für Schweine entgegen BEG diese 6 Level Ja ich habe auch Oha Alter da oben scheppert sich die ganze Zeit Oben ist alles gut Auch Geile Auch Oh Scheiße! Tschüss! Ach 5 1, 2, 3, 4, 5 3 Was denn noch? 14, oder? Okay Dann machen wir hier noch eine Reihe ran Habt ihr immer noch solche Cubes, oder? Ja klar Wir haben Pickles So Leitern Wir absolvieren Pickles Halt ab damit Time to cry Ja Stefan, weißt du, wer weißt von diesen Vans Von diesen Fenstern meine ich Wie weit die Reichweite ist? Äh Ne Oh, Leute, ich hab nur noch ein halbes Herz Ja, das hatte ich nämlich schon auch Ja, das ist so ein scheiß Cube, Adi Okay Okay Stefan, hast du irgendwas zu essen? Nein Ich könnte dir einen Teilrotten Flasch anbieten Ich hab jetzt Findet Nemo gegessen Ich hab jetzt Findet Nemo gegessen Ich hab jetzt Findet Nemo gegessen Oh Nemo, danke Ja, drei Kilometer fliegt, ne Coolstone Da kann man gleich mal ganz Deck nehmen, ist doch Oh, no, oh, oh Mal gucken, wie weit die Reichweite ist Ich hab da keine Ahnung mehr davon LOL Äh, LOL Ähm, ganz viele Enderpelle Alter, sind die unten eingeschlagen Was ist Enderman eingeschlagen, Alter? Oh, oh, Stefan Ja Oh, der hat ruhig mal Kopf tropfen können Das ist Schwein, Alter Ding, 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 ding Ah ne, Leute, das ist das Enderportal Da hinten ist noch einer Ich wollte gerade das Enderportal angreifen Und runter Oh, gut so weit Warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte Was ist denn hier los? Mhm Oh, geil, der Oh, gut, Wichser Kräuter Lappen, Alter Aua Oh, Scheiß, wollte ich nicht werfen Häh? Häh? Hallo Ich komm da hinten hin Hähn Essen Essen Essen, genau Essen Wir brauchen noch Lappes Leute Hä? Ihr Lappen habt den ganzen Lappes leer gemacht, Mann Warte, nur knapp was mit 6000 oder so Ja, nur Du willst ja gucken, wo Lappes herkommt Wann? Hast du Essen? Ja, ich suche Schenk ich dir Ihr nehmt halt Da baut halt ein paar Kartoffeln ab OP-Apfel, okay Ja, wir essen OP-Äpfel Ich hab wieder volle Herzen, Stefan Sehr gut, wieder hoch Au, au Nichts wieder hoch Mach wieder was Produktives Mach nur Zug Ich sehs Haha Häh? Häh? Häh! Häh! Oh Häh! 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 Ah, ne, Fachstück, genau Häh! Wie weit geht das? Hallo und herzlich willkommen hier zum Neuro! 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 noch weiter vor Sieg nur so wie sie eine Microsoft-Konfigur aus dem Ausdauer zu halten PC ist mit einer Läden in der Mitte so sehr okay eine Belöschung ist geil ja das ist so eine Lampe meine mein Schild ist immer noch am geilsten hier so was kann ich denn jetzt machen überlege ich auch gerade so also ich wollte immer noch die Mobfarm hier einer von euch könnte mal den ich bin genau auf dem Ding gelandet einer von euch könnte mal einen Tesseract bauen okay Tesseract und Stefan du kannst mal schauen wie man Blazeross herstellt soll ich da einen Fulgen machen oder einen normalen Tesseract ja halt einen kompletten Tesseract da brauche ich gar nicht nachzugucken oder du fährst ganz ähm oder du fliegst und gehst mal rüber in den Netter weil du hast ja gesagt die Netterfestungen sind trotzdem da oder mhm dann fliegst du mal da rüber und schaust mal ob da irgendwo Blazeross sind ich brauche vier ich brauche acht Blazerots haben wir Resonant Ender ja im Ding da das gibt euch die Kuh die Kuh gibt das in den Ender ja Kuh 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 Kann ich keinen Eimer in Magpa Grosapel tun und dass er das rauszieht zieht aber schon Eimer Buddy äh doch kannst du das Zeug in den Eimer tun dann in den in den äh in den äh direkt in den äh fluo transposer rein ja falsche Richtung dann musst du es unten umstellen unten auf den Eimer drücken da jetzt genau so jungs ich glaube jetzt gibt es jetzt gibt es bald richtig viele Bex und 2 0 0 für Bexmann Romo hatte ich dachte für sie gibt das Sieg ist auch aktiviert oder wer sagt wird das Siegel ich habe da wo haben wir schon ein Siegel beim Mauna einladen ist nein so lieben der hat wirklich wenn ich in der Wiener zu schützen werbung jetzt wie es vor allem was jetzt bautel ab ist los mit der abendet jubes hengen mädchen manchen den blüten mann ja die mann ich schaue mal wo kann das aus aber das ist das zu erheben scheiße sein aber ich hab dich du sollst mir keine Witter hauen, du sollst mir Dings holen. Äh, ja, weißt du, was ich meine? Abbild im Karton, Tom, 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 Tom. Hm, ja, ich bin gleich fest. Ist mir egal, Ausreden zählen nicht. Doch, ich stelle mal hier irgendwo her, Buddy. Hä? Ach so, du läufst gegen die Luftschwung an. Ach, geschafft. So. Okay, das hätten wir. Au, 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 au. Wollen wir im Übrigen zugucken? Buddy, bau mal bitte ein bisschen Dark-Glas. Ja, das ist genau ausgemessen. Ist genau ausgemessen. Ich habe mich extra hingestellt und habe mich einmal treiben lassen. Bau mal bitte Dark-Glas. Halt so, keine Ahnung, 20 Stück oder so. Da kann man nämlich zugucken, wie sie draufgehen, die Viecher. Dark-Glas. Also, wenn es Dark-Glas gibt, ich weiß nicht, ob es das gibt hier. Green Force, das ist da. Na gut, dass wir genug Wohle haben, ne? Warum? Mhm. Aber das kann ich auch noch durch Cursed Earth ersetzen hier. Warte, warte, was muss ich mit dem... Lass mal... Smelten. Okay. Einfach brennen. So. Das wird eine Monster-Farm, alte Schwede. Da drinnen rappelt es dann, glaube ich, richtig. Rappelt im Karton, Ton, Ton, Ton. So, jetzt auch Grinder. Fünf Stück haben wir gesagt. Grinder. Grinder. Achso, genau, dafür habe ich hier unten extra das Plastik geschmolzen. Ja, das habe ich oben schon ins Lager geschmissen. Ich muss es nochmal schmelzen, ich brauche das kleine Plastikzeug davon. Also, Entschuldigung. Ähm, Rubber. Ja, kein Problem, ich schmelze die drüben, das geht schneller mit den anderen Öfen. Ähm, zack. Und zack. Kein. So, weil das wird dann nämlich richtig fetzen, Alter. Ey, wie viel Chancen jetzt? Was? Schick. Energy... Conduit. Da ist es. Oh, Leute, ich brauche Beine da. Äh, äh, äh. So, da. Hier, hier. Aua. Du blöde Kekse. In dem Fall vergiftet, Buddy. Was? Die Hexe gespawren. Okay. Wo? Hin drin? Ja, gut, es kann sein, dass ich richtig ausgeleuchtet bin. Ich muss zurück. Ich habe noch ein Herz. Nix zu essen. Wie nix zu essen mit Bissen. Ich sag mal nix. Setz uns zur Landung an. Ach. Hast du an der Ding gefunden, ja? Ja, ich muss dann noch gleich nochmal hin. Gab's da schon... Gibt's da Dinger, Places? Nee, also... Ich muss eher ewig lang suchen und so... Ah, in 5 Stimmen sitzt schon mal drin. Echt? Ja. Sehr schön. Loll, das hörst du? Ja, gleich hör ich das. Von der Entfernung? Klar. Ein Liquid-XP-Kuh. Ja, echt? Goll. Geil, die müssen dauer melken, alter. Ja. Grüß, Buddy. Was? Tschüss? Müssen die melken. Ja, warte, ich muss erstmal jetzt hier... da hinten alles bauen. Ähm... Plastik. Ich habe das perfekte Fleisch für dich, Chris. Echt? Ja, wo bist du? Da, da. Da hab ich grad vorhin gefunden. Wir brauchen, ob sie. Ganz viel, ob sie. Das schmeckt nicht! Nee, ist das auch noch. Oh, das gibt fire-resistant. Buddy! Wir brauchen Obsidian. Wo bist du denn? Buddy? Ja, hinter dir. Wo? Ah, hier. Schmeckt lecker. Mmh, lecker. Hier, Stefan. Jeder eins. Schmeckt gut. Gibt's sogar Fire-Resistant. Ja, das sind diese kleinen komischen Viecher da drüben. Ja, jetzt habt ihr mich schön durcheinander gebracht. Ja, warum wir? Ja. Echt, Mann. Grinder. Wie er immer durcheinander kommt, der Typ. Zwei, drei, vier. Oh, geil, ich krieg fünf Stück raus. Geil. Schönes Dark-Class gebaut, Buddy? Ja. Ah. Ach, Lul, fällt schon. Und es rappelt im Karton. So. So, weiter, jetzt. Bringen wir das Dark-Class hier. Warte, ich mach hier grad, äh, Paarungs-Akt. Paarungs-Akt? Ja, wo wird du denn bei einer? Ja. Wie die hier hinten spawnen. Hier war die hinten, aber in Paarung. Oh, shit. Ja, gut. Das klingt lustig. Gleich wie Stefan ist gerailt worden. Soll ich uns einfach hier hinsetzen? Was hinsetzen? Warte. Ja, genau, dass es einfach auffüllt bis oben zum Rand, bis zur Decke. Wui. Wui. Was ist das Dark-Class? Ja. Okay, weil das so hell ausschaut. Es gibt noch anderes, als noch dunkler ist. Hä, warum läuft der hier? Warum hat der Strom? Hä? Das ist wirklich eine interessante Frage. Und warum nicht, ne? Hä, warum hat der Strom? Wo hat der Strom hier? Versteh ich nicht. Hast du nicht hier dieses aufladbare Teil dort gebaut? Nein. Nein, das war zu teuer. Wir waren zu teuer. Wir brauchen Opsi. Buddy, wir brauchen Buston den. Ach, hab ich. Passt schon? Ich hab schon. Ach, stimmt. Was soll's denn? Strom. Alles. Strom. 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 und mit dem Karton von Begrüßungen die Ligwett erhält ja und nicht n-pro auch die Euro mehr in Milchtaus hast du nicht Echt? Mh Okay Ich wüsste Wizardskeletten sind hier Pass aufgleich Wizard away Du kannst Liquid XP Du kannst XP Wack halt nicht aus Ängsten Aber Jussen, ich habe ein kleines Problem Nein, ich werde dich nicht retten Kann ich jetzt mal hier mal kurz Alle müssen die eine XP-Kuh-Dauer Melken Melken und dann Abfüllen direkt Always Active Also die kann man nur bestimmte Zeit melken, ja, ne? Ja, ja, alle 4000 Ticks oder sowas Ach so, meinst du Scheiße Gut, aber ich würde was sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal rein Bei Sky Factory Bis dahin, ciao Tschüßen Tschüßen